Moin und Waldmannsheil! Vor kurzem habe ich euch gezeigt, wie ich ein Zielfernrohr montiere. Unter anderem kommt dabei auch vor, wie ich das Zielfernrohr ausrichte. Und bei dem Drückjagdglas, was ich montiert habe, habe ich mir das sehr leicht gemacht, indem ich einfach auf einfacher Vergrößerung das Zielfernrohr auf das Korn der Waffe ausgerichtet habe. Und damit war das Thema durch. Ganz viele von euch haben mich jetzt aber angeschrieben und wollten wissen, wie macht man das bei einem Zielfernrohr, bei dem man nicht die Möglichkeit hat, auf einfache Vergrößerung runterzudrehen oder gar das Korn im Absehen. sehen zu können. Das will ich euch heute zeigen, weiter nach dem Intro. Wir können uns einer Vielzahl von Werkzeugen bedienen zum Zielfernrohr ausrichten. Das reicht wirklich von den einfachen Wasserwagen bis hin zu so einer digitalen Wasserwaage, die ich generell sehr, sehr gerne benutze. Das ist also hier so ein Block, der ist magnetisch sogar und da lässt sich Winkel einstellen bzw. Winkel übernehmen und auch vor allen Dingen das Ganze dann feststellen bzw. resetten. Außerdem natürlich hier so klassische, klassische Wasserwagen wie hier so ein Stanley Winkel, wobei man dann zum Ausrichten hier nur entweder den Teil brauchen kann oder aber, ja, das hier. Wobei da tut es dann auch jede andere Verwindungssteife Metallstange, wie zum Beispiel hier im Kleineren so eine Pfeile. Und was ich außerdem noch sehr gerne nutze, sind diese Keile vom Parkett verlegen oder Laminat verlegen. Und zwar, im Grunde ist das ja, wenn man so will, ein Parallelogramm. Das heißt, ich kann diese beiden Winkel gegeneinander verschieben. Ich habe aber immer oben und unten eine parallel ausgerichtete Fläche. Wie wir das anwenden können, das zeige ich euch gleich. Ich will erstmal mit den Standards anfangen, wie der Wasserwaage. Bei dem Zielfernrohr ist es jetzt relativ einfach. Ich habe hier unten diese Schiene und ich kann einfach diese kleine Wasserwaage hier unten rauflegen. Ich richte dann, ich hoffe, ihr seht das so, richte dann die Wasserwaage aus, dass sie wirklich parallel zum Boden ist. Und kann jetzt zum Beispiel, weil das Zielfernrohr einen relativ flachen Turm hat, zum Beispiel schauen, dass ich die Wasserwaage hier oben drauf lege. Beziehungsweise ich benutze zwei Wasserwagen. Wichtig dabei zu gucken, dass die auch wirklich parallel ausgerichtet sind. Gerade so bei günstigen Wasserwagen zeigt die eine mal so und die andere mal so an. Solange ich eine Wasserwaage für beides benutze, ist das kein Problem. Aber wenn ich verschiedene Wasserwagen benutze, dann kann das zu einem Problem kommen. Ihr seht aber schon, hier oben der Turm, der ist nicht so ganz flach. Bei dem Zielfernrohr zum Beispiel hat man dann die Möglichkeit, hier oben einfach die Kappe abzuschrauben. Und hat hier eine sehr flache, ebene Fläche. Die Schraube ist sogar magnetisch und dann hält die Wasserwaage hier oben drauf, wenn ich das Ganze dann hier ausrichte. Da sind jetzt natürlich Gestelle, bei denen man die Waffe besser fixieren kann, ideal. Beziehungsweise nutze ich gerne dann so ein Zweibein. Also das ist wirklich die eine Methode. Ich nutze eine Wasserwaage unten auf der Schiene oder aber auf dem System der Waffe. Es gibt oft auch die Möglichkeit, ich nehme hier mal den Kammerstängel raus, hier hinten irgendwo eine Wasserwaage anzulegen. Das ist bei einigen Systemen manchmal ein bisschen schwierig. Hier tatsächlich bei dem Schaft könnte ich jetzt hier hinten irgendwie einen großen Winkel drauflegen. beziehungsweise eben hier eine Wasserwaage platzieren. Ich lege aber ungern direkt auf den Schaft, sondern ich versuche immer auf das System aufzulegen, beziehungsweise eben auf die Viva-Schiene am System. Es gibt auch so kleine Wasserwagen, die kann man hier hinten statt dem Verschluss einsetzen und damit dann die Waffe ausrichten und dann das Zielfernrohr eben wie beschrieben, zum Beispiel über eine zweite Wasserwaage. Also so viel zum Thema Wasserwaage. Was ich aber in der Tat sehr gerne nutze, ist dann eben eine Metallstange. Das funktioniert aber nur bei Zielfernrohren, die hier unten eine gerade Fläche haben. Das haben die beiden Kalisgläser hier. Kann man das so sehen. Also die sind hier unten genau plan. Und bei hochwertigem Zielfernrohr ist dann wirklich auch das Gehäuse des Zielfernrohrs, das gilt natürlich für die andere Methode auch, das Gehäuse des Zielfernrohrs lotrecht oder genau ausgewinkelt sozusagen auf das Absehen. Das ist bei günstigen Zielfernrohren in der Tat nicht immer der Fall. Aber dazu kommen wir gleich. So, ich präpariere jetzt einmal kurz meine Pfeile. So, und zwar will ich jetzt eben nicht Metall auf Metall haben, sondern ich will das ein bisschen schützen, weil die Pfeile würde hier doch ordentlichen Schaden am Zielfernrohr anrichten. Und ich versuche das mal hier einzufangen für euch. Das ist, wenn man so mal eben schnell was filmen will, manchmal gar nicht so einfach. Und zwar, ich verkannte das jetzt nochmal, das Zielfernrohr hat eben diese gerade Fläche hier unten und die Schiene hier oben ist natürlich auch gerade und sie ist parallel zum System. Wenn ich jetzt hier eben so einen flachen Stahl einschiebe und den dann anpresse, dann seht ihr schon, dreht sich das Zielfernrohr mit. Und ich kann hier im Grunde dann auch in die Fugen gehen von der Schiene, das Ganze stramm hochdrücken und dann richtet sich das Zielfernrohr auf diese Weise aus. Ich mache das nochmal. Also ich verkante das Ganze, gehe dann hier unten rein, drehe das Ganze gerade und ihr seht, das Zielfernrohr dreht sich mit und richtet sich von alleine aus. Und je nach Abstand nehme ich halt was Dünneres oder eben was Dickeres dafür. Was ich in letzter Zeit entdeckt habe für dieses System, das sind hier die beiden Fugenkeile. Und mit denen mache ich es mir relativ einfach, je nach Abstand. Und mit einer Hand ist das auch gar nicht so einfach. Setze ich die hier unten ein. Ich muss das hier mal ein bisschen zurechtfummeln, einhändig gar nicht so einfach. Also wir richten grob vor. Dann kommt hier der eine Keil drunter und dann kommt der andere Keil da oben zu. Und ich sagte ja schon, Parallelogramm, das heißt Oberseite, Unterseite sind immer parallel zueinander. Und jetzt schiebe ich einfach hier die Keile gegeneinander. Bis ich merke, jetzt ist es hier richtig fest eingerastet. Und auch jetzt, mal nachdrücken, und auch jetzt habe ich das Zielfernrohr parallel zu der Schiene ausgerichtet. Das sind die Methoden, die ich nutze. Es gibt noch eine zusätzliche Methode, insbesondere wenn das Zielfernrohr, das Absehen im Zielfernrohr nicht lotrecht ist zu dem Gehäuse. Die verlinke ich euch mal, weil auch da habe ich schon mal vor einer Weile ein Video zugemacht. Hey! Da ist der Terrier. Meine Güte. Da läuft gerade ein nackter Mann bei uns durch den Garten. Egal. Hier auf dem Dorf ist man Kummer gewohnt. Entschuldige die Unterbrechung. Also zurück zum Thema. Ich hatte tatsächlich mal ein Video gemacht, da ging es darum, das Absehen auf eine Wand zu projizieren und damit dann das Bubble-Level auszurichten. Das lässt sich natürlich auch anwenden, wenn ich das Zielfernrohr ausrichten will und bei einem Glas mir nicht sicher bin, beziehungsweise bei einem minderwertigen Glas eben nicht sicher sein kann, dass Absehen und Gehäuse übereinstimmen, dann kann ich diese Methode mit der Projektion auch tatsächlich zum Zielfernrohr montieren anwenden. Aber wie gesagt, hochwertige Gläser. Ich habe noch nie was anderes erlebt. Da ist das Gehäuse immer im exakten Winkel zu dem Absehen selber. Ja, das war es in Kürze zum Montieren des Zielfernrohrs. Ich hoffe, das Prinzip und die Anwendung ist klar geworden. Und ansonsten fragt mich einfach. Ja, das war es in Kürze zum Absehen. Ja, die Anwendung ist klar geworden. Ja, das war es in Kürze. Ich hoffe, das war es in Kürze. Das war es in Kürze. Ich hoffe, das war es in Kürze. Vielen Dank.